Günter Malkowski war ein Student der Deutschen Hochschule für Politik und Teilnehmer am Widerstand in der frühen DDR-Leben. Die Eltern Günter Malkowski schließen sich scheiden, bevor ihr Sohn zur Schule kam. Im Alter von elf Jahren schickte ihn seine alleinerziehende, berufstätige Mutter auf die Potsdamer Nationalpolitische Erziehungsanstalt. Ein Internat, von dort im Januar 1944 zur Kriegsmarine eingezogen, erlebte Malkowski das Kriegsende in einem Lazarett in Norwegen. Im Kriegseinsatz wurde ihm, durch die Absurdität der nationalsozialistischen Ideologie, der Wert einer gut fundierten und selbst erarbeiteten Weltansicht zur Triebfeder seiner späteren Studienabsichten. Nach Kriegsende trat Malkowski in Leipzig der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands bei. Die Zwangsvereinigung von SPD und KPD zur SED im April 1946 lehnte er ab und blieb in der sowjetischen Besatzungszone Mitglied der nun in den Untergrund abgetauchten SPD. Malkowski begann, gefördert von Theodor Litt, ein Studium an der Universität Leipzig. Er bewegte sich in Leipzig in Zirkeln oppositionell eingestellter Schüler und Studenten, die sich am Leitbild der westlichen Demokratie orientierten. Diese Gruppen suchten und erhielten Unterstützung von Institutionen und Organisationen in den Westsektoren Berlins wie dem Ostbüro der SPD, dem Rundfunksender Rias Berlin, dem Untersuchungsausschuss freiheitlicher Juristen oder der Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit. Die Aktivität der Oppositionsgruppen umfasste neben der Beschaffung und Lektüre verbotener Literatur das Herstellen, Importieren und Verteilen von Flugschriften, das Anbringen eigener und die Zerstörung gegnerischer Parolen. Untrennbar verbunden mit dem Untergrundkampf für die Befreiung vom Kommunismus war die Gewinnung und Weitergabe von Informationen, nicht nur zur verdeckten Aufrüstung, zur geheimen Rüstungsindustrie, zum Überwachungs- und Sicherheitsapparat oder zu Menschenrechtsverletzungen, sondern aller Art an die westlichen Unterstützer. Malkowski gewährleistete für einen Kreis von mindestens 15 Personen vermutlich zu einem V-Mann des französischen Geheimdienstes eine derartige Verbindung. Für das Sommersemester 1949 bewarb sich Malkowski erfolgreich um einen Studienplatz an der Freien Universität Berlin. Im Aufnahmegespräch, an dem Ernst Tillich, ein Dozent an der Deutschen Hochschule für Politik und KGU-Leiter, teilnahm, sprach er freimütig von seinem Kontakt zum französischen Geheimdienst. Tillich will Malkowski in einem späteren Privatgespräch wegen seines unkonspirativen Verhaltens und vor einer Fortsetzung der geheimdienstlichen Tätigkeit gewarnt haben. Malkowski'sch Absicht, das Studium 1949 in West-Berlin fortzusetzen, scheiterte. Im Januar 1949 hatte auch in Leipzig ein Hohgeschäft eröffnet. Das entgegen der propagierten gleichmäßigen Verteilung der Güter sonst rationierte waren einer besser verdienenden Kundschaft zu stark überhöhten Preisen anbot. Aus Protest hatte Malkowski die Schaufensterscheibe zerstört und war später festgenommen worden. Nach fünf Wochen freigelassen, konnte er sein Studium weder in Leipzig noch in West-Berlin fortsetzen und flüchtete nach Westdeutschland, wo er im Ruhrgebiet als Bergmann arbeitete und gewerkschaftlich tätig wurde. Malkowski blieb wie zuvor in der DDR-SPD Mitglied, machte jedoch auf die Flüchtlingsbetreuungsstelle der Partei den Eindruck eines politischen Abenteurers. Seit dem Frühjahrssemester besuchte 1950 Malkowski, um sich für eine Funktion im Deutschen Gewerkschaftsbund zu qualifizieren. Lehrveranstaltungen an der DHFP, so Bayeugen Fischer-Bahling und Werner Ziegenfuß, der ihm ausgezeichnete wissenschaftliche Begabung attestierte und ihn als eines Stipendiums in besonderem Maße würdig einschätzte. Nach der Überlieferung der KGU registrierte im Januar 1951 ihr Mitarbeiter Hanfried Hieke Günther Malkowski, von dem es hieß, er habe zuvor für Ausländer gearbeitet, als V-Mann unter dem Decknamen Juncker. Hieke, seit August 1950 Sachgebietsleiter Sachsen der KGU, kooperierte unter dem Decknamen Fred Walter mit Regimegegnern, die konspirativ Informationen beschafften. Schon im Frühjahr 1951 hatte die KGU entdeckt, dass Hieke verbotenerweise auch für den amerikanischen Militärnachrichtendienst MID arbeitete und sich im Mai 1951 von ihm getrennt. Hieke hatte zuvor begonnen, ungefähr zwei Dutzend V-Leute samt der an sie angeschlossenen Gruppen ohne deren Wissen aus der KGU herauszulösen, um nur noch für den MID tätig zu sein. Seine Kündigung reichte er im Juli nach. Malkowski, den Hieke unter Vertrag genommen hatte, sammelte weiterhin in Sachsen unter dem Decknamen Juncker Nachrichten und übermittelte Aufträge. Bei der KGU war er seit März 1951 nicht mehr aufgetreten. Am 9. September 1951 verhaftete die sowjetische Geheimpolizei Malkowski im Ostberliner Bezirk Treptow. Ob diese und etwa 200 weitere Verhaftungen von KGU-Angehörigen in Sachsen überwiegend auf einen Verrat Hiekes zurückgingen, ist unklar. Die Verhaftungswelle, die mehr als 40 Hinrichtungen zur Folge hatte, war eine der größten der sowjetischen Geheimpolizei und des Ministeriums für Staatssicherheit in der Frühzeit der DDR. Ein Überlebender berichtete nach seiner Freilassung im Jahre 1956, dass Juncker alias Malkowski bis zuletzt geschwiegen hatte und trotz unmenschlicher Haft im Unterschied zu Hieke und anderen niemand belastet oder verraten hatte. In einer Verhandlung am 16. April 1952 vor dem sowjetischen Militärtribunal Nummer 48.240 wurde Malkowski vorgeworfen, sich an einer Flugblattaktion der KGU während der Leipziger Frühjahrsmesse 1951 und der Schleusung des Kuriers der antisowjetischen, ukrainischen Organisation UN durch die DDR beteiligt zu haben. Das Gericht verurteilte ihn wegen Spionage, antisowjetischer Tätigkeit und Propaganda und Mitgliedschaft in einer kontrrevolutionären Organisation zum Tode durch Erschießen. Malkowski wurde im Mai 1952 von Berlin-Lichtenberg über Brest-Litosk in die Sowjetunion transportiert. Nachdem der oberste Sowjet am 26. Juni 1952 Malkowskisch Gnadengesuch abgelehnt hatte, wurde das Todesurteil am 4. Juli 1952 im Moskauer Butyrka-Gefängnis vollstreckt. Malkowski-Schleiche wurde verbrannt und die Asche anonym auf dem Moskauer Donskoi-Friedhof bestattet. Im Juli 1960 teilte die sowjetische Botschaft in Bonn der Mutter Malkowski Schmidt, ihr Sohn sei 1952 in sowjetischer Haft verstorben. Ähnliche Schicksale Dasselbe Schicksal wie Malkowski erlitten die neun Berliner Studenten Günter Batschero, Fritz Flato, Kurt Helmer, Neuhaus, Egidius, Niemz, Friedrich Brautsch, Peter Pischel, Werner Schneider, Wolf Utecht und Karl-Heinz Wille. Alle wurden vom SMT Nummer 48.240 zum Tode verurteilt und zur Hinrichtung in die Sowjetunion deportiert. Auf dem Campus der Freien Universität Berlin erinnert seit 2007 die Bronze Skulptur Perspektiven von Volker Batsch daran, dass zehn der ersten studentischen Mitglieder der Freien Universität ihr Engagement für die Freiheit von Lehre und Wissenschaft mit dem Leben bezahlt haben. Vergleichbares ereignete sich allerdings auch in anderen Regionen der DDR, etwa der Fall des Arnoisch in Mecklenburg-Vorpommern.